Hallihallo und herzlich willkommen, lieber Mensch, der sich gerade dieses Video ansieht. Heute ist der 14.05.2015 und das ist mein FutureTube-Video. Ja, du hast richtig gehört, ich habe 14.05. gesagt, denn ich habe es voll verpeilt, ein eigenes Video von meiner eigenen Aktion aufzunehmen. Ist auch jetzt egal, ich erzähle euch jetzt etwas von meinem heutigen Leben. Ich bin 22 Jahre alt und lebe mit meiner Freundin Hina in meiner Wohnung in Remscheid. Ich bin gerade im ersten Ausbildungsjahr bei meiner Ausbildung zum geschaltungstechnischen Assistenten für Medien und Kommunikation und fuck, ich liebe diese Schule. Ich habe im Augenblick noch keinen Blass in, was ich nach meiner Ausbildung, also 2017, machen werde. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Obwohl es noch immer sehr riskant ist, bin ich der Meinung, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, meinen scheiß Malerjob zu kündigen. Im Augenblick habe ich auf meinem YouTube-Kanal 166 Videos, 49.810 Abonnenten und 3.174.338 Videoaufrufe. Ich bin im Augenblick im Netzwerk von Animal Beyond und ich liebe dieses Netzwerk und ich liebe die Leute, mit denen ich dort arbeite. Mein bis jetzt meistgeklicktes Video auf YouTube ist Crazy Records zum Thema Sex. Das Video, mit dem ich bisher die größten Erfolge an meiner Laufbahn erzielt habe, ist das neue Musikvideo. Meine Ziele auf YouTube sind es, 100.000 Abonnenten zu erreichen und einen Webvideopreis zu gewinnen. Mein größter Traum ist es, die toten Hosen einmal persönlich zu treffen. Falls es noch draußen jemanden gibt, der 2015 meine Videos geguckt hat und dieses Video hier gerade sieht, ich danke dir für deine Treue. Im Augenblick kann ich es echt nicht in Worte fassen, wie viel ihr, die Zuschauer, mir wirklich bedeutet. Ihr seid die, die mir den Sinn gebt, weiterzumachen, die mir die Kraft geben, etwas zu tun. Und ich weiß, für jede Mühe, die ich für euch ausgebe, kriege ich das zehnfach wieder zurück. Danke für alles, was ich bisher nur durch euch erlebt habe. Ich hoffe, es wird noch viel, viel mehr. Und jetzt gibt es nochmal eine Minute Material für euch, von dem, was ich bisher gerade zur Zeit auf YouTube mache. Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge vom Hassalphabet im neuen Studio. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Crazy Records in diesem Jahr. Oh ja. Oh ja. Nein, so schlimm. Verdammt, so viel zum Thema YouTube-Partnerkräfte. Mein Kostüm ist zu klein. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich, dass ihr zu der neuen Folge Ask Jam eingeschaltet habt. Wir sind Helden, wir sind Diebe, angeklagt wegen Hochverrat. An einer Idee, die seit Jahren tot ist und die man längst beerdigt hat. Hey, wir sind hier auf dem Video-Leg. Ja Leute, ich habe euch alle unendlich doll lieb und ich hoffe mal, dass wir uns noch sehen. Gebt diesem Video fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat und teilt es mit dem Hashtag FutureTube auf Twitter. Haut rein, euer Master Jam, euer Micha. Muts Muts Vielen Dank.